Nein! Nein! Oh, da ist jemand hops gegangen. Ja! Hey, hier ist ein Dingens. Mhm. Mhm. Und da geht er daun. Und droppt gar nichts. Ich schlag jetzt gleich hier einfach durch. Ja, bitte. Danke. Boah, ist aber ein bisschen groß hier. Das ist es auch. Ich hab auch das letzte Mal, ich hab das einmal gemacht gehabt und hab's in der letzten Sekunde gefunden. Aber hier ist es schon. Über Beschatzkammer. Ah, okay. Ah! Achievement! Und... Ich hab die dicke Tore geöffnet, ich hab die andere Tore geöffnet, ich hab die andere... noch eine, und noch eine, und noch eine. Ja, dann mach ich mal hier der Blue-Pack-Küren, gemütlich. Ist aber nix da. Wo denn? Nur blaues Zeug. Hier, diese fünf Drohnen. Ja, das ist ja gufflich jetzt gewesen. Das ist ja... nix da gewesen. Ist ja langweilig. Naja, gerade ein Achievement. Tollt. Ich hab sogar zwei. Naja, Co-op und Normal. Achso. Ich hab auch 100 Irre... getötet, bevor sie explodieren. Und ich bin entkommen. Flieht aus dem Gewölbe, bevor er zusammenbricht. Nee neue Bannerverzierung... Ohhhhhohohoh... Ach, jetzt will ich aber... Nein, fuck, hier ist so'n blew-Pack. langsam reicht's hier william wo ist er denn er springt im skype hin und her machte das veratmet hier wieder ich versuche mich unschuldig zu halten da ist die mörderin von dekard kane der onkel von diablo trausamste person diablo 2 bleibt dann weilschen und hört zu uiuiui ach boah aber william kann noch spielen oder wie hallo könnt ihr mich hören ja was war los mein skype ist ganze erreicht drin oder war ich da raus keine ahnung so seitdem du das letztendlich gebraucht hast also angebaut ist er dass er bezieht welch das sind letztendlich erregt da hat er ich bin einander und bevor man sagt dass das geld mal drin war wieder mal nicht wir haben und jetzt geht wieder alles ich habe auch nur schütteln aber kann ich gehört jetzt kann ich mir gut vorstellen bis du immer noch am handy also skypen also seitdem dem laptop hast du jetzt skype am dingen ja aber am pc am alten laptop hattest du doch immer über deinen handy schon länger als ja man hätten man hätte nicht so und den unterschied bürgermeister ansiedsberg na dann dass sie das nicht von maxi gestellten will er nicht man lernt andere sei es war einfach weil ich hab dann ein das ist eigentlich nur so schlimm allerdings ist es halt so weil er nichts mehr hier hier jungs von dem wurde ich hier als barbara in inferno gewonnen hätte vor dem patch vor den ganzen patches und er droppt ja ich werde das ein bisschen vielleicht passender droppen müssen stille sei die schuhe mein guck ich hab das gefühl wir hängen voll da her ja bis sich wir haben richtig krasse mf-wertige hihihi 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 schätze mich dann schätze ich es absichtlich nämlich hihihi muss ganz unauffällig so hihihi 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 es ist wahrscheinlich nie wieder wenn du es kriegst oder? natürlich nicht, ich werde es direkt beim Händler hier verkaufen wenn du so eine feurige Essenz oder was? ne den Ring ich will den Ring haben, die Essenz will ich gar nicht haben achso, du willst das Gold haben für den Ring oder was? oh, neulich bist du ein Ding Geld regiert die Welt Mann, Heinrich, hast du die ganze 5 nach 93 na, siehst du für den Ring oh, da war eins Sarah, du bist musst du langsam, Sarah du hättest schon so viele Nesterys haben können so viele wow, wie schnell ich ich kann kaum langsam und gefühlvoll sonst immer hat mich noch nie gefehlt warte, aber wie schnell in welchen Zeit und Lettend ist Robben oder das ist ja krass ja sie sollten das wieder runtersetzen ich will, der hier gibt eine Legendary Sarah ist deutlich nah bei mir und du hast Angst das hier ist ne Arena, ne? ne PvP Arena mhm es ist ja auch so aufgebaut ganz offensichtlich dass es ne PvP Arena wird mach mal hier kein Leuchtturm ist ja voll stressig ich kann sogar die Farben wechseln die oh mein Gott sie hat schon bevor sie gestorben ist ein legendary gedroft So hoch sind die NF-Werte schon, dass sie aus dem Nichts droppen. Der Bogen droppt mal den Zaun. Das ist jetzt so diese... Keine so Legendary-Droppen, die du draufbaust, weißt du? So per Hit. Wenn du richtig mit draufbaust, dann droppt er richtig mit ein Legendary. Item per Hit-Chance. In den letzten Augenblicken, hier, wer will haben? Ich hab richtig, richtig gute Stiefel mit Magic-Find, Bewegungsschuldigkeit, Geschicklichkeit und Stärke. Also, die, die will, äh... Ich will die. Das ist einfach unglaublich. Nee, die hab ich dann geschmissen. Bei Krümelchen hab ich den. Ja, super, jetzt sind die schon weg. Warum mit ihrem Fast Finger? Ja. Ja, ich hab da schon alles wieder geninjert. Was ist los? Das hab ich... Das hab ich gar nicht gesehen, sonst... Sonst wär ich da teleportet. Teleportet? Oh, wo mein denn? Nee, weiß ich denn. Mh-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-ha-hm-hm. Das fand ich jetzt aber nicht cool. Da ist sogar so ein Lichtschein. Nein! Mistklick! Gierig, Alter! Ist das denn? Ja! Irgendwann wird er das zum Verhängnis, William. Was? Wieso? Du bekommst es nicht mehr wieder. Deinen wertvollen Heilungsring. Mach da ein Heilungsring? Warum nicht? Ich glaube, ich hole mir auch einen Heilungsring. Nur um den zu droppen. Der ist ja nur ein Slot groß. Weil der Bogen hier ist zwei Slots groß. Der verbraucht zu viel Platz. Ja, der Heilungsring ist auch eine Fülle, Mann. Der bringt mir ja richtig, richtig super viel. Wie ist das denn? Hallo. Hi. So. Schauen wir uns mal die schönen Ringe an. HAH! Die Sau! Gib mir das wieder! Hast du halt verloren? Ich hab hier ein Clip-Word-Zier gelassen. Gib mir wieder! Gib mir! Gib mal! Da hab ich den Mund zählen, da ist Stufe 16 immer so gut. Gib doch mal! Oh, folg mir, du kriegst sie damit den ganzen Volk. Das ist so gemein. Das ist so gemein. Ihr seid scheiße. Hey, ich teleporte es auf Cooldown. Die fang sich an zu heulen. Wie kann man das denn verlieren? Weil sie das gedauert hat. Weil sie das gedauert hat. Ich hab's schon gesehen, dass sie das drunter geworfen hat. Weißt du? Dann wird sie einfach aufgenommen. Richtig freutig, geil. Gib mir! Was ist das überhaupt für Mondtöter? 11% Schaden, 34 in. Stufe 16 mit 27 auf dem Damage. Gib mir! Nooo! Wollt ihr mich verarschen, ihr blöden Pimmels? Warum folgt mir? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Komm her, komm her! Hier dann! Hier dann! Hier dann! Wollen wir uns aber auch herumzuspollen. Guck mal unten! Sarah, komm mal unten! Sag mal unten! Sag mal unten! Sag mal unten! Fick dich! Nein! Ein Telefon zu viel! Nur einen Augenblick! Ja, komm! Lass mal hier weiterspielen! Das hört mal auf, hier rumzutrollen mit den Altyms! Das hat sie! Den habt ihr bekommen! Du drobst halt wieder und mach keinen Mist! Ja komm, komm rein! Ich will weiterspielen! Ach, ist der doof! Ja jetzt komm, hau rein! Ich will spielen! Wo müssen wir hin? Ich hab's hier da bekommen! Sind hier jetzt jemand Meteoriten? Sind wir schon soweit? Nein, nein! Wir müssen erst mit den Kollegen labern! Oh mein Griff! Ah, wir müssen hier durch! Ah, wir müssen hier durch! Ah, ich bin level up! Und zwar durch ein Buch! Oh, wir müssen hier durch! Gehen wir! Ey, lass mir durch! Oh, ich weiß, sie auch noch nicht! Moment! Oh, da war Belial Hätte gedacht, dass so ein komisches Kind an das HK Belial ist, ne? Ja Ganz große Story-Wendung Ich wusste, dass ihr erschrecken würdet Wir sollten von hier weg, bevor noch mehr Wachen kommen Flieht, ich gebe aus Rücken weg rum Flieht Ich warte immer noch Oh mein Gott Was ist das denn passiert? Ich hab noch nie gesehen Die Schlangen haben mich in der Luft zerrissen Bist du gestorben? Nee, bist du dann geflogen? Ja, die Schlangen halt Ich hab mich gebissen Ich krieg nicht mal ein Danke Dankeschön Das hättest du ruhig mal ein bisschen lauter sagen können Nee Oh, du Dendron wollte Oder, oder Rhea wollte mit uns zocken Diablo 3 Du sitzt Lass du ihn nicht an? Weil die Gruppe voll ist Argo Ich bin fast tot Ich kann euch Torchlight empfehlen Das ist ein schönes Spiel Dass nicht jeder Schände, der hier durchkommt Ja Nee, Quatsch, gerade kann man ab 1, oder? Nee, 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 dieser Der in der Kiste Hat sich nur überlegt, wer zugleich in der Kiste sein kann, als ob zugleich in der Stadt um sie überwählen zu machen Was? das überlegt der zugleich in der Stadt stellen kann als auch in der Kiste Jörner das ist ein Zwillingsbruder es ist ein Minnjahr es ist nicht Schenzulti Nr Amateur wir haben wir scheiden uns an Zürich deportiert ich kann jetzt zu lassen was oder was Adria 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 Barbarbar verstecktes Lager oh 1000 XP EP cool jetzt kommen die Kometen nein, jetzt müssen wir doch erst so den Kollegen befreien ah ja, der will leben, manch ah den müssen wir hier Belial unten finden, treffen oder nicht? er war schon da oder sind wir schon dann vorbei der müsste uns hier doch das Tor aufmachen ja, da ist er passt auf Belial schon ja die kleine Belial ultra lecker alter hallo 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 er hat jetzt verdeckt los Latenz von einem Hausmann ja, Buster Peng ah ja, dann kannst du ja jetzt schon mal klicken, damit wir gleich Belial angreifen können ja, in 5 Minuten oder 10 oder 10 ist ja zum Glück nicht zu viel passiert ey, hier ist ein Goldtypi ein Schatzgoblin kriegen wir nicht zu zweit down klar kriegen wir zu zweit down wo ist der wo ist der? einkommen und wo ist der? wo? ach, so sieht man nicht sieht man nicht bin ja gewohnt, dass da gelbe Items droppen ach, da ist ein gelbes Floopacks ja, hier sind Viecher sagte doch Floopack so so erster down zweiter down und dritter down boah, ne verzierte Hose man glaubt es kaum hier, ich hab ein Krönchen hier für irgendeinen von euch der Bosano-Sara, oder? hier, für die Sarah, ein Krönchen oh, danke pack ich auf jeden Fall pack ich auf jeden Fall pack ich auf jeden Fall zu unseren lol Franziska ähm, zu meinem Cosplay-Outfit ich habe keine Tränke mehr dabei ok ähm hast du ein Prinzessinnen-Outfit? ne, eigentlich eher so japanische Schulmädchen das ist auch gut so, so im, im, im im Ding oh mein Gott, da ist ein Legendary getroffen! oh krass die Gegner dich bekämpfen muss werden nun schwächer ernsthaft, ich hab ein Legendary boah boah das ist ja übelst tight Kevin, guck dir das an er ist disconnected freundlich in die Luft gegangen, wohlwörtlich guck, guck dir das mal an Kevin hat das gedroppt und ist disconnected äh, man konnte es nicht wieder aufheben nein, das war meins jetzt handelt mich mal an ich habe nun einen neuen Verbündeten aber meine Frage werden eben schlau ha handel mich mal bitte an wie geht das denn? schreib es in den Chat also erstmal in Gruppenchat nein das kann man hier nicht machen ich, ich kann das hier nicht handeln wieso? boah ja jetzt ja da ich kann das da nicht reinlegen wieso? da da OP, oder? ja ja das hast du gefunden ok ha ein Paulus Kyras kostbar kann sie nicht du musst sie untrainen das ist geheim ich wollte das nicht gleich fallen offensichtlich machen alle ich find's so viele Legendaries halt das ist doch unnormal ne bin im Keller ich bin im Keller ich bin im Keller woher ich komm rettet mir komm die drei Geier mich komm doch mal bitte rettet mich rettet ihr komm den Keller ah rechts oh yeah mal gucken was ich jetzt bekomme tiefgefroren bekomme ich ich bin nicht der Krieger ich bin nicht der Krieger auch schon überlegt aber ich hab noch die erste Runde drin mit äh wenn an dir halt stirbt das dann äh OP SHIT ich denke sterben das was was kann ich jetzt schauen reduziert die Abklingzeit von Frosnova ja fett nein hier ist Kreiselman und hier ist noch ein das das in den Keller gehen das das was die erste Runde viel besser fand findest du ja wenn einer stirbt das dann noch mit Frosnova ausgelöst werden kann ach so ja fett ja nicht geil ich hab die mir gar nicht durchgelesen war 50 Prozent der ist eigentlich so gut mich interessiert die Schock ja auch eigentlich gar nicht so ich will die nur auf so 60 haben einfach so auf Style OP ich kann hier nen Legendary kaufen kannst du ja soll ich das geht nicht bei dem Händler Mann jetzt lass mich ihn doch auch mal verarschen du bist so gemein voll die Kackwurst das du bist ja du schaffst das ja du hast ja so viele Legendary zu kannst Mann ey ich weiß auch ich weiß ja Tittenbonus ey stimmt ja gar nicht Scheiße Leute ich bin aufgeschmissen ich kann mich nicht mehr rollen oh mein Gott rettet mich rettet mich rettet mich wot the fuck wot the fuck wot fettet mich wotに dritte ich werde vom eintönigen klicken bisschen duselig da weiß ich nicht mal was ich machen soll außer links klickt und rechts klicken hier oder da kann ich nur durch die gegend springen und das war es und da schon wieder legendär ich hatte mein allerdings war doch anders sein soll ich hätte mich der anderen hat sie nennen sollen die fanden sie noch eine kenne sahne törtchen sahne törtchen sahne törtchen ist damit wird nur 30 sahne törtchen weil du ich deine sahne sarah bin und du bist jetzt mein sahne tört ja ich wollte hier mal sagen das habe ich jetzt leider vergessen nein aber doch nee was willst du von mir ich wollte gerade irgendwas wichtiges sagen das im national bekommen was oder was nee hier ist ein goldenes tut doch was es wird auch so war der fahrt ob es gelbe ist also brecher sogar richtig krasser brecher ist schon begleitet engelte spitzzug der albträume und das war nichts ist und dieses große Ding haben der Schlüsselwächter er ich hab hier den Schlüssel auch schon getroppt mit er noch ein paar aber das sind auch so ach so Akt 1 hat bestellt was auch ein Schloss dafür sagt bekommt man den auch schon den Alp oder was ich war mit Kevin da schon drinnen in diesem Überboss Ding wir haben die sogar kaputt gemacht zwar mit etwas Zeitaufwand und so aber da dran